also seit 1986 da habe ich das erste spiel gesehen und ich habe festgestellt beim einmal hand einmal tpv immer tpv also es ist wie so ein virus der dann halt kleben bleibt beim ersten spiel als ich hier war weiß glaube ich schön das erste mal hier in der anne war und dann habe ich halt noch nicht so viel verstanden aber mich natürlich auch gefreut dass was sie halt für eine atmosphäre bei den fans immer ist ich habe nicht gespielt ich bin dann schiedsrichter gewesen habe aber ja habe aber nie handball so richtig gespielt meine eltern haben bei der handball gespielt zwar nur im amateurbereich aber die haben sehr viel ich komme aus dem kleinen dorf haben da sich sehr viel um den verein gekümmert mein vater war jahrelang mein trainer in der jugend und so wie ich eigentlich zum handball gekommen und hat eigentlich immer spaß gemacht und wenn irgendwie ein thema was anderes zu machen sondern ich spiele eigentlich handball seitdem ich mich erinnern kann spiele ich handball also ich glaube ich habe mir drei vier das erste mal in hand gehabt und seitdem immer beim handball geblieben und sehr viel spaß gehabt aber damals ja noch gar nicht mit der intention hinter profi zu werden sondern einfach spaß zu haben und mit seinen freunden sport zu treiben auch bei mir war das eigentlich so ein bisschen klassisch mein vater hat handball gespielt meine mutter hat mir sind handball und basketball gespielt und da war ich als kleines kind schon immer in der halle unterwegs und ich glaube dann wächst man da rein und irgendwann geht man nach dem fußball wie es bei mir war dann auch irgendwo zum handball die schnelligkeit die spielzüge es ist nicht es ist mehr action als zum beispiel beim fußball und ja eben das ganze spiel so die zuschauer hat es gehört ja auch dazu also die schnelligkeit im spiel finde ich dieses wie schnell sich so ein spiel auch drehen kann die emotionen und auch die das körperliche also diese diese körperliche härte im handball ja der der sport ist glaube ich besonders darin dass das er sehr schnell ist abwechslungsreich es gibt kaum momente wo man abschalten kann einerseits beim spielen aber auch auch beim zuschauen es ist ständig ja was was auf dem feld los es gibt keine keine langweiligen phasen und ich finde gerade die kombination aus technik und kraft die die beim handball notwendig ist spannend und ja es ist glaube ich einfach insgesamt eine sehr interessante sportart ich glaube der handball ist sehr sehr komplex es ist eine mannschaft sportart das ist mir immer sehr wichtig es ist sehr komplex sehr temporeich sehr athletisch und ja ich glaube es passieren auch ganz viele dinge die man nicht erwartet im fußball ist es ja wirklich so oft ja bessere mannschaft und dann muss schon der zufall oft eine rolle spielen und ich glaube im handball ist es sehr 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 komplex und sehr schnelles spiel mit vielen toren ich glaube viele leute gucken diese sportart auch weil sie so rasant ist und so so dynamisch ist und ja das hat mir mal viel gegeben zusammenbreit dass man wirklich zusammenspielt dass man sich miteinander gut und dass man sich gut untereinander versteht dass man wenn man probleme hat dass man sie zusammen gemeinsam löst dass man halt zusammenhält sehr sehr gut das ist was ganz was großes generell in der bundesliga zu spielen aber vor allem bei so einem traditionsfeuer wie den tvv lemgo lippe zu spielen ist schon was ganz was großes hier einlaufen zu dürfen das war eigentlich immer ein traum von mir vor so vielen leuten in so einer coolen halle das ist ein riesen erlebnis für jeden glaube ich und für mich als junger spieler extrem cool zu sehen hier zu spielen zu dürfen das ist echt ein privileg muss ich sagen für den tvv auflaufen zu dürfen und es immer wieder was schön ist hier sie zu feiern mit den tollen fans im rücken es macht einfach unglaublich viel spaß also ich denke die spieler bekommen doch einiges mit was im fanblock passiert und wenn das richtig laut ist hilft dass den spielern in manchen situationen zum beispiel wenn vermeintliche fehler entscheidungen von schiedsrichtern da sind und das pusht ja richtig hoch da bin ich ganz froh dass wir hier meistens eine sehr gut besuchte halle haben und eine tolle stimmung das hilft einfach zum ja auch für die eigene leistung das glaube ich auch das besondere einfach in so einer halle wo es ein bisschen enger ist mit vielen leuten mit viel lärm zu spielen auch auch auswärts das macht glaube ich auch vieles aus und macht auf jeden fall auch deutlich mehr spaß für mich persönlich ist es ja hier dass das schönste eigentlich dass es natürlich eine vergangenheit habe auch als spieler und und schöne erinnerungen und auch den verein sehr gut kenne nicht nur die sponsoren das umfeld fans ich kenne viele leute fühle mich hier wohl aber auch dass ich hier in dem verein habe in der bundesliga wo ich gestalten kann also wo ich nicht nur der trainer bin an der seitlinie sondern wo ich auch darauf einfluss nehmen kann welche spieler wir entwickeln können welche spieler wir scouten auch immer einen blick über den jugendbereich mit zu haben und diese komplexe aufgabe macht mir sehr viel spaß so